Ein Ingwer kriegt der Moment. Ja, gib ihm ein Ingwer. Bleib einmal da, bleib einmal da. Moment. Krieg ich vielleicht auch noch einen? Wäre das möglich. We are the children. Danke. We are the ones make a better day, so let's up here then. So, jetzt pass auf. So, schau her, da kriegst du ein Ingwer. Dank dir recht. Da rein, damit der scharf. Ja, ich bin, ich kann nicht mehr. Prost. Jetzt rein mit dem Zeich. Und jetzt sag, mhm, mhm. Das wollte ich hören. Jetzt kriegt ihr noch ein Herzl. Die Sendung ist ja gleich aus. Danke. Das ist unfassbar. Du hast eine Streuwirkung. Ich will das nicht. Ich will mal schnell, Moment. Da gibt es noch ein Lied von Selig. Ich will das nicht. Das ist so widerlich. Gibt es von Selig. Ohne dich heißt das Lied. Aber weißt du, was das Schlimme daran ist? Es steht dir. So zu leicht. Komm, trinkt mir noch einen Schnaps. Nein. Da, Ingwer. Ich kenne der Mama Ihren. Ingwer. Ich kenne der Mama Ihren. Ingwer ist gut. Das, weil du krank wirst. Das schaffen wir schon. Das, weil du krank wirst. Das ist wieder, ne? Oktoberfest. Das war erst der Anfang. Nimm mal die CD. Wo hast du es denn eigentlich, Herr Anker? Nein, aber du musst ja pro Jahr so 20, 30 Fässer kommen schon zusammen mit Anzapfen. Nein, wirklich? Ja, logisch. Das wusste ich gar nicht, dass sie so oft Anzapfen. Kirchwein, Vereinsfeste, Maybock, was, was. Die muss man schon können. Allerdings muss man es können. Da muss man die richtige, ist wie alles im Leben, ja. Ja, richtige Schwingung aus der Hüfte raus. Also für ihn mehr, ja. So solche Dinge muss man halt können. Danke, dass Sie es ihm gesagt haben, weil das hat er noch nie gehört. Ja, ich habe es schon gehört. Also ich hatte ein wenig Probleme. Aber das ist nicht so schlimm. In den 16 Tagen kann er ja noch üben, ne? Danke. Da angen wir mehr. Aber das kann jeder voll mal. Ach nein. Ich bitte darum. Also wir sind nicht schuld an den 3,6 Millionen Masken, die getrunken wurden, weil wir trinken ja nur Schnaps. Oh, der ist gut. Spinst du? Oh, spinnst du? Danke, Anja. Ganz lieb. Das war ganz lieb. Anja, ich danke dir für deine Empathie und dein Mitgefühl. Wie müssen Sie sich selbst denken? Ja, schiebe, wenn du da hinwas klebt, denn da. Das Servietten-Onkel. Hebe es einfach wieder aus. Das sagen wir Ihnen nicht, wer da schwächer ist. Nein. Es gibt keine Schwäche. Wissen Sie was? Da trinken wir jetzt ein Ingwer-Likör von der Mama drauf. Der brennt. Das ist ein Onkensäine. Das ist ein frisches Glas. Der brennt ein bisschen. Aber er ist gesund. Zum Wohle. Ich habe eine Wassermelone getragen. Gagant. Oder zwei Aprikosen. Du. Was war denn das gerade? Ich habe dich hochgestemmt. Können wir das mal sehen? Haben wir eine Zeitlupe vorliegen? Ich habe dich gerade hochgestemmt. Schau, schau, schau. Ja. Schau es wirklich aus wie Baby. So. Und jetzt? Sieh mein Gesichtsausdruck. Ich hatte Angst vor dir. Ach du Liebeste. Siehst du, ich stemme dich, nein ich wuchte dich hoch, ich wuchte dich hoch, aber dann wie ein Klappmesser. Schädel, Füße, alles runter. Was ist denn? Hast du hier keine Lendenwirbelmuskulatur? Was ist denn los? Ich hatte einen doppelten Bandschein vor. Das sind doch alles Ausflüchte. Ich hatte Angst. Ich bin mir gewohnt, dass mich Männer oben tragen. Du kannst diesen Baum nicht fällen. Umgefallen, kaputt. Auch sofort Ingwerlichör. Wir könnten hier mal so eine Stunde, ich will jetzt gar nicht von einem ganzen Tag oder der ganzen Sendung sprechen, aber von so einer Stunde. Schieder und Onkel sind nett zueinander. Das könnte man mal machen. Weißt du, so eine Themenstunde. Schieder und Onkel sind nett zueinander. Die Leute werden total verwirrt. Darf ich gleich mal nett zu dir sein? Nein, nicht jetzt. Das müssen wir absprechen. Aber du hast ja Glitzer von mir. Du hast von mir Glitzer. Wo kommt das da hin? Das kommt von meinen Augen. Ich habe hier Glitzer drauf. Wir haben den ganzen Heiligen Abend um den Kopf, weil ich konnte. Du bist ein solches Rent. Das macht man ja auch nicht. Wir waren so parallelisiert, dass wir die Weihnachten... Parallelisiert. Ach, schau, die Familie Schieder war parallelisiert. Ja, warum denn nicht? Wir haben die Geschenke nicht rausgebracht. Weil sie saßen nebeneinander. Parallel. Und deswegen waren sie parallelisiert. Weil er sie immer auf allen Fehler draufsetzt. Die E. Er macht immer ständig Fehler. Und ich sag nie was. Ich mach immer einen Fehler. Na, na, na. Du schlachtest das schon aus. Wenn du mal nett zu mir bist, ja? Schrei doch mir zu viel. Wenn du mal nett zu mir bist, dann habe ich Angst. Weil dann glaube ich, dann brauchst du ja Niere von mir oder sowas. Ich lasse mich nicht anstrengen. Geh doch. Dann geh doch. Na, komm wieder. Komm wieder. Ich habe es nicht so gemeint. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Gut, dann schauen wir jetzt zum Perry. Riesenzutzler. Komm wieder. Ich bin so allein inmitten der Menschen. Schieder, wenn ich zuerst. Dich. Ich bin sonies. Es tut mir leid. oder! play go!